Ja, wie ihr vielleicht schon seht, äh, ich bin nicht da. Ich bin weg. Und zwar für sechs Tage an der Ostsee. Und deswegen wird es in der Zeit keine Videos geben. Ist traurig, aber ist leider so. Ich denke mal, ihr kommt damit klar. Es gibt ja noch genug Videos hier auf dem Video. Äh, auf dem Kanal, Entschuldigung. Deswegen, nehmt es sich so schwer, genießt den Sommer, nehmt euch sechs Tage frei, fahrt irgendwo hin, vielleicht ans Meer. Und genießt die Zeit. Bis dahin, euer J-Mo hier bei Mugenbotsmau. Wünscht euch eine angenehme... Ja, Zeit. Nehmt sie euch. Ihr habt sie euch verdient. Bis dann. Mit einem neuen Projekt. Ah, ich krieg jetzt schon die Salzluft. Bye, bye.